Flair, du kleiner Internet-Rambor! Hab die Schnauze langsam voll von deinen Ansagen im Internet. Aber diesmal hast du dir definitiv den falschen Gegner ausgesucht, Patrick. Ich habe dich mehrfach darauf hingewiesen, dass das Schutzgeld noch nicht auf meinem Konto ist. Muss ich dir wirklich nochmal erklären, wie ernst die Lage ist? Ich raste aus, du dickes Zinziller-Baby mit Wasserkopf! Also hör mir genau zu. Bis zum 15.02. Um 15.02 ist die volle Summe von 15,02 Euro auf meinem Konto. Und diesmal will ich keine Ausreden hören. Ich warne dich. Pass gut auf, Leder. Sonst komme ich dich besuchen. PAP, 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 PAP!